Yoga-Schule ist eine der vielen Bezeichnungen für einen Ort, wo du Yoga üben kannst. Man kann dieses nennen Yoga-Zentrum, Yoga-Center, Yoga-Schule, Yoga-Studio oder auch Yoga-Loft. Das sind so einige Ausdrücke, ein Ort, wo man Yoga übt. Alle haben gemeinsam, dass dort ein oder mehrere Yoga-Räume sind. Das ganze Studio, die ganze Schule ist ausgerichtet auf das Unterrichten von Yoga. Die Räume sind so dekoriert, dass sie der Yoga-Praxis zuträglich sind. Es gibt Yoga-Matten und Yoga-Kissen vorrätig. Und in dieser, einer Yoga-Schule, wird eben insbesondere Yoga gelehrt. Das unterscheidet eine Yoga-Schule zum Beispiel von einer Volkshochschule, wo viele Kurse stattfinden oder einem Fitnessstudio, wo die anzwischen heute auch sehr viele Yoga-Kurse haben. Also eine Yoga-Schule spezialisiert auf Yoga. Eventuell gibt es auch Meditation, Entspannungstechniken oder Pilates. Aber doch, Yoga steht im Zentrum. Der Ausdruck Yoga-Center, Yoga-Zentrum, drückt oft aus, dass es dort mehrere Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerinnen gibt und dass auch die Teilnehmer sich durchaus einbringen und selbst vielleicht mithelfen in diesem Yoga-Center. Ein Yoga-Studio ist oft etwas, wo nur ein Yoga-Lehrer ist und wo das mehr auf den Inhaber ausgerichtet ist. Eine Yoga-Schule ist oft etwas größer. Yoga-Schule gibt es vielleicht auch eine Yoga-Lehrer-Ausbildung. Und es ist mehr auch darauf ausgerichtet, wirklich systematisch zu lernen. Und die Teilnehmer werden dann eben auch als Yoga-Schüler bezeichnet. Und die, die unterrichten, sind dann die Yoga-Lehrer. Das sind kleine Unterschiede in der Terminologie. Aber de facto werden in Deutschland die Ausdrücke Yoga-Schule, Yoga-Center, Yoga-Zentrum, Yoga-Studio letztlich austauschbar verwendet. Die Adressen der Yoga-Schulen von Yoga Vidya